ja hallo meine lieben racing freunde hier sind wir beim zweiten rennen des gt6 allstar cup rennen 2.2 also das zweite rennen und es geht schon los schneedosen wir auf position 1 wird aber hier wohl gleich überholt von orger da fahren sie alle richtung erste kurve wird sicher eng werden orger da fast mit dem brea dadic war auch leicht auf dem grün und da hinten hast schon jemanden gedreht so wie ich das gesehen habe das werden wir uns gleich noch mal anschauen wir sind hier bei schneedosenbier der momentan an dritter stelle stefan konnte vom ganzen profitieren hat sich an die erste stelle gesetzt gefolgt von dadic hier sind wir bei astra der auf position 5 ist im moment noch alle ziemlich nahe beisammen war ja ein witziges event mit diesem vwe käfer cool zu fahren nicht ganz einfach weil er viel driftet aber wenn man das mal raus hatte dann war es eigentlich ganz ok machte auf jeden fall großen spaß hier sind immer noch alle zusammen wir sind immer noch bei astra uh mb racer kam da leicht aufs grüne hatte da mit dadic eine kleine kollision und die erste runde ist schon um wir schauen uns mal die start sachen an hier sind wir bei barney wupp der bekommt auf den orion leichten schubser fährt aufs grüne und dreht sich leider konnte da nicht viel dafür wurde ein bisschen raus gedrängt dann hat der panne blinker auch mit dem dreher schauen wir uns das auch mal an dort hier innen orion zieht rein bleibt am heck und dreht ihn einfach mal eiskalt und hoagli hatte auch noch abflug kam da am schnee wie an sascha decker und am max heran und wurde dann auch raus gedrückt schneedosenbier hat ja auch im abflug hier ein schöner drift in die leitplanke ja das auto ist sehr schnell ausgebrochen wenn man da nicht das richtige setback hatte hier sind wir noch bei mb racer der im zweikampf mit dadic dadic wird durchsichtig und acht um scheisse voll in die abschrankung rein da schneedosenbier hatte nochmals einen abflug hier in die mauer rein das dürfte ziemlich kopfwege geben haben wenn das im echten leben passiert wäre so wieder zurück zum rennen wir sind hier bei orger der sich auf der neunten position befindet nee das war auch noch eine wiederholung der ist auch noch abgeflogen der orger ja da die letzte kurve vor der zielgeraden die hat es in sich da musste man schon ziemlich mit dem drift durchgehen sonst hat man da etliche zeit verloren auf die andere seite wenn du da langsamer durchgefahren bist dann kamst du natürlich sicherer durch aber eben es kommt auf die zeit an wenn du da zu viel verlierst fährst du halt hinten mit hier sind wir bei prt viktini in den prt farben mit ihrem käfer den hellgrünen überholt hier stefan hier bei pannen blinker der hat hobli vor sich zwei fallen ziemlich alleine gewissen abstand nach vorne und noch einen grösseren abstand nach hinten und hier seht ihr es die drifts die ich angesprochen habe ließ sich mit dem käfer fast nicht vermeiden besonders in diesen kurve hier man wird es später an dem gummi am gummi abrieb der strecke sehen dass da ziemlich viel gedriftet wurde hier maxxer im zweikampf mit orion er natürlich auch im prt grün unterwegs und da kommt maxxer ziemlich schnell dran hier wird er jetzt ein überholversuch starten da zieht er innen rein bleibt noch hinten aber hatte da wieder fast einen leichten dreher jetzt ist er innen und er drückt orion mit dem heck weg und orion dreht sich aber wie ich schon öfters betont habe der spaß hier steht im vordergrund also nehmen wir das mal locker wenn sich da jemand ein bisschen dreht oder so hier soll die breite masse angesprochen werden dass alle spaß haben dass wir eine gemütliche zeit am freitag abend miteinander verbringen das ist eigentlich so die oberste priorität wir sind hier bei sascha decker der sich auf der 10. position befindet im moment mw racer dreht sich da so halbwegs wie schon öfters angesprochen in der zielkurve und hier ist wieder eine grössere gruppe von fünf autos unterwegs mit dabei stefan, pannenblinker, astra, hoigli und wbv vendetta hier sind wir bei pannenblinker der gerade astra probiert zu überholen kam aber nicht vorbei und setzt sich schön wieder hinten dran jetzt zieht er innen rein, nimmt die kurve enger und ist vorbei da kam astra ein bisschen weit raus von dem konnte pannenblinker profitieren hier sind wir bei hobli der gerade da durch die galerie fährt hobli hat wbv vendetta vor sich kann diesen jetzt überholen da auch wbv vendetta ziemlich weit raus gekommen ist pannenblinker probiert auch vorbei zu gehen und ist auch schon vorbei somit hobli neu auf dritte position pannenblinker vierte position erster nach wie vor falconer, zweiter viktini, fünfter vendetta, sechster astra, siebter stefan achter sascha decker, neunter maxxer, zehnder barney whoop, elfter prt row 2 orion zwölfter der dodic, dreizehnder der mb racer, vierzehnder schneedosenbier und im moment das schlusslicht auf rang 15 der orga er probiert immer noch pannenblinker an hobli dran zu bleiben wbv vendetta und astra haben schon ein bisschen den anschluss verloren also hobli und pannenblinker können sich da etwas absetzen und da kann auch stefan dann von aufschliessen auf astra und wbv wenn ich das richtig gesehen habe ja zwar ne das hat etwas getäuscht und jetzt fahren sie wieder richtung dieser bekannten kurve wo es viele dreher gibt und so kommen beide optimal durch astra setzt sich jetzt ans heck von wbv zeigt er hey ich will vorbei und tut dies auch somit astra neu auf position 5, wbv vendetta auf 6 gerutscht man sieht es auch, wbv fährt immer ne ziemlich weite linie also ist da nie schön am scheitelpunkt innen in der kurve hier sind wir wieder bei pannenblinker der die reifen wieder qualmen lässt hobli konnte sich doch leicht absetzen ist leicht schneller im moment da seht ihr es auch von der zeit her die schnellste zeit bei pannenblinker im moment 1,19,775 hier sind wir bei maxxer der auf 8. position ist hier roh orion hier 10. barney wup ja banni ist ein armer kerl der hat in der letzten zeit bei meinen events hat er immer etwas pech wird gedreht oder wird abgedrückt oder so fährt aber trotzdem immer mit von dem her mal liebe grüsse an dich banni schön dass du immer noch dabei bist macht auch spass mit dir weil du halt ein echt schneller fahrer bist und hier sind wir wieder bei roh orion der den orger überrundet orger war das erste mal bei einem event von uns dabei ist ein guter freund von mir kenn den auch im echten leben waren früher mal zusammen in saas fee am arbeiten war ne coole zeit da von nebenher orger cool bist du mit dabei freut mich und hier sind wir bei dadic der im moment auf position 13 ist währenddessen ihr seht es rechts schneedosenbier ist schon in der box da kommt er raus mit der nummer 53 der kleine herby herby hatte doch die 53 wenn ich mich recht erinnere hab die filme früher gerne geschaut oder wie hieß der andere der gelbe käfer der der dudu genau dudu macht das schon dudu parkiert selbst ein dudu kann dies dudu kann das die guten alten filme mit den käfern hier ein drift von schneedosenbier noch mal ein drift konnte den karren diesmal halten nicht ausgebrochen währenddessen sind wir hier wieder bei orger der da ein bisschen den rasen mäht hier nochmals der im moment abgeschlagen auf letzter position bald haben wir halt zeit dann wird es wohl sicher action geben mit den boxen stops und hier sind wir beim führenden bei falconer der doch schon einen beträchtlichen vorsprung raus fahren konnte hier die zwei platzierte viktini hier wieder der pannenblinker der immer noch auf der jagd nach hobli ist aber hobli kann seinen vorsprung gekonnt verwalten und dann fahren sie wieder durch die kurven mich hat es erstaunt dass man mit der karre so schnell durch die kurven kommt also war schon tricky aber machte wie am anfang gesagt es machte wirklich laune ich weiß nicht als ich die karre bekannt gab kam da der ein oder andere die ein oder andere nachricht nee was für ein auto ach nee bla 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 auf den schluss hatten alle spaß kamen positive feedbacks die mich natürlich sehr gefreut haben und hier waren die buch ist auf die neunte position konnte somit eine position gut machen der max ja mittlerweile auf position 10 gefolgt vom mb racer ja ne zwar gefolgt kann man dem nicht sagen mb racer schon ziemlich weit zurück ja es hat schon sehr viele über rundum gegeben sind noch nicht mal 10 runden gefahren und da gab es schon ein paar über rundungen oh da berührt dadic victini wäre fast abgeflogen aber konnte sich noch mal halten dadic ja auch schon länger bei uns dabei bei den events auch ein netter typ macht auch selbst coole events besten schaut ihr da bei facebook mal auf seine gruppe ja gran turismo anfänger sind es glaube ich weiss gar nicht genau hier wieder schneedosen b am driften hier wieder falconer in der box nun mb racer und dadic die ziehen wohl ihre boxenstops vor mittlerweile sind wir in runde 11 wenn ich das richtig sehe hobli auch an der box und dem b racer äh mb racer entschuldigung falconer hat immer noch einen grossen vorsprung also da wird wohl nichts mehr anbrennen der wird wohl sein sieg gekonnt nach hause fahren hier überholt victini den orga der dann eine rauchshow für victini abzieht und sich gleich noch mal dreht stefan und maxa jetzt auch in der box victini hier auch durch die galerie sehr schöne bilde hier hier pannenblinker auf position 3 konnte natürlich davon profitieren dass hobli in die box ging probiert nun richtig druck zu machen dass er da vielleicht den vorsprung durch den rückstand mit der box weg machen kann auf hobli und hier sind wir bei sascha decker im schwarzen käfer der jetzt dann wohl gleich zum überholmanöver auf dadic ansetzen wird kommt ihm da sehr schnell sehr nahe hier im windschatten setzt jetzt rechts an kommt aber nicht vorbei probiert es noch mal links schubst den dadic da ein bisschen nicht gerade die feine englische art sascha decker also nicht mehr so viel schubsen wenn du hinter einem bist ne hobli ist auch wieder draussen der u kommt da ein bisschen mit dadic in die quere währenddessen sich sascha decker gedreht hat ja die gute alte zielkurve die hat's in sich aber sascha decker konnte sich gleich in die box retten wie ihr es da gesehen habt bunnywub auch in der box der vendetta und der astra ebenfalls hier sind wir bei hobli der jetzt an vierter position ist durch den boxenstopp den dritten rang an pannenblinker verloren hat aber ich denke er wird in sich zurückholen weil pannenblinker muss ja auch noch in die box hier ist sascha decker in der box kommt vor barneywub raus den wir hier im bild sehen auf dessen sieht da hat die klinik vorbei orion hier in der mb racer kampf und position 11 ja das war doch das schöne in diesem rennen es gab nicht nur vorne positionskämpfe sondern auch hinten gab es coole zweikämpfe also da gab es wenige fahrer die einfach nur so für sich fahren konnten es gab immer irgendwie zweikämpfe und so das ist es ja was den spaß ausmacht also war wirklich ein echt cooles rennen und ich freue mich bereits auf rennen nummer drei hier pannenblinker hinter barneywub kann da vorbeiziehen weil barney etwas ins driften gerät sind wohl die reifen noch kalt kam ja erst gerade aus der box somit wurde barney überrundert hier sind wir wieder bei orion der immer noch probiert den mb racer zu jagen aber so wie ich das sehe kann sich der mb racer leicht absetzen und da kommt auch schon falconer angeschossen der jetzt orion überrundert hier sind wir wieder bei dadic der astra vor der schnauze hat dadic dürfte wohl auch schon überrundet worden sein weil astra befindet sich auf position 5 und dadic auf position 13 hier sieht man dass das auto von dadic sehr unruhig liegt hier sind wir wieder bei orga jetzt wieder bei falconer der im moment position 2 hat weil pannenblinker noch nicht an der box war gefahren sind 14 runden es geht noch 8 runden im moment erster pannenblinker zweiter falconer dritter victini vierter hobli fünfter astra sechster der vendetta siebter stefan achter der maxer neunter sascha decker zehnter barney wup elfter mb racer zwölfter orion dreizehnter dadic vierzehnter schneedosenbier und immer noch am schluss der orga wir bleiben mal hier bei victini die hat orion vor sich die beiden teamkollegen vom team prt wird ihn da wohl auch gleich überrunden so hat es zumindest ausgeschaut hier beide mit dem sassy grünen käfer da abflug da hat sie der herby war das da hat sie schneedosenbier wieder gedreht schneedosenbier hatte öfters ein dreher denn weiß nicht ob nicht so recht mit dem auto klar kam oder um was das lag pannenblinker mittlerweile in der box ihr seht es verliert position 1 wieder an falconer auch nele kam da vorbei die victini somit auf position 3 aber konnte hobli vor sich lassen also ist da die taktik aufgegangen mit bisschen länger auf der strecke bleiben hier barney wupp im zweikampf mit sascha decker barney wupp kann sich im moment noch behaupten bleibt erstmal auf position 9 aber sascha decker zieht jetzt innen rein und jawoll überholt da barney und kann sich auch gleich ziemlich absetzen habe ich das gefühl oh barney einmal links abbiegen in die bande bitte kommt ein bisschen auf das grün raus und ihr die mitgefahren seid ihr habt es ja sicher selbst bemerkt wenn du da mal ein bisschen aufs grün kommst ist die karre gleich weg also die bricht sehr schnell aus hier sind wir wieder bei schneedosenbier ihr seht es wieder ein drift da stimmt dir wohl das set up nicht ganz wenn der so viel am rutschen ist hier schon wieder geht er auch kurz den rasen mähen und da ist der orge kurz zu sehen gewesen der hat sich wohl schon wieder gedreht hier sind wir wieder beim führenden beim falconer ihr seht es beste runde 1 18 666 der macht wirklich richtig richtig tempo also der musste echt ein geiles setup haben der fuhr uns da allen davon aber auch verdient ich meine wenn wir wenn du es schaffst so ein set wenn du es schaffst so ein setup hinzukriegen dann kann man nur den hut ziehen vor solchen fahrern und muss sagen okay er war einfach stärker währenddessen haben wir gesehen dass der mb racer wieder einen abflug gemacht hat da glaub ich viktini noch leicht in mitleidenschaft gezogen hat durch das kommt der pannenblinker etwas näher mittlerweile die bestseite bei pannenblinker auf 1 19 3 2 3 wird hier sicherlich nochmal angreifen und position 2 erobern wollen aber die viktini ist auch eine sehr gute fahrerin das dürfte nicht ganz so einfach werden wobei es hier jetzt ausschaut dass der pannenblinker ziemlich schnell näher kommt an die viktini die mir dann auch im anschluss an das rennen gesagt hatte dass da am schluss einfach nichts mehr ging bei ihr aber das kennen wir alle mal wenn einfach nichts hinhaut Fehler und Fehler kommt und du hier am verzweifeln bist solche phasen gibt es halt mal aber dann muss man kühlen kopf bewahren und wieder versuchen in den richtungs zu kommen aber das ist manchmal einfacher gesagt als getan ja ihr seht es hier der pannenblinker kommt deutlich näher mittlerweile auch eine neue bestseite 1 18 6 9 3 macht da also wirklich wirklich druck auf die viktini jetzt fahren sie wieder richtung zielkurve fangen da beide gut durch oh pannenblinker leicht auf den kerbs konnte aber das auto noch retten probiert sich jetzt in den windschatten von viktini zu saugen aber das gelingt noch nicht ganz hat seine bestseite wieder ein bisschen verbessert 1 18 4 9 8 im moment und da vorne werden die nächsten überrundet das ist der schneedosenbier der hat sich schon wieder weg gedreht überrundung erledigt aber da vorne ist noch pannenblinker da kann jetzt vielleicht pannenblinker nochmal profitieren wenn da viktini bisschen ausgebremst wird und nicht gleich vorbei kann viktini gleich auf höhe von barney pannenblinker konnte weiter zeitgut machen auf viktini ihr seht das hier ist schon ziemlich nahe dran und schon wieder kommt jetzt die geliebte oder gehasste zielkurve wie auch immer man sie nennen will viktini da ziemlich nahe am barney whoop pannenblinker da schon an der stossstange von viktini wird er da endlich kürze zum überholen ansetzen denke er nicht weil viktini auch im windschatten von barney whoop ist aber ihr seht's hier barney whoop macht klasse platz lässt die beiden vorbei barney whoop ein sehr fairer fahrer mit pannenblinker geht jetzt hier innen vorbei kommt er durch ja kam vorbei pannenblinker neu auf platz 2 viktini auf platz 3 uh da ist das auto von pannenblinker leicht ausgebrochen jetzt heisst natürlich tempo machen und viktini abschütteln da heizen sie durch die kurven ja ihr seht das pannenblinker fährt im moment letzte rille schneedosenbier war schon wieder an der box denke wohl dass dadurch die drifts die reifen sehr schnell durch waren darum ist er nochmal an die box gegangen weiß es zwar nicht kannst ja deinen kommentar ablassen kommentieren video unten dran würde uns wunder nehmen uh pannenblinker schon wieder auf den kerbs hier sind wir wieder beim führenden der doch schon einen recht grossen vorsprung hat zweiter pannenblinker dritter viktini vierter der hobli fünfter astra sechster vendetta siebter maxxer achter stefan neunter sascha decker zehnder der barney whoop elfter mb racer zwölfter per de orion dreizehnder der dadic der orgel neu auf platz 14 hat die schlusslaterne abgegeben an schneedosenbier und wir sind hier bei maxxer der gerade durch die galerie fährt er auf position 7 hinter ihm der stefan so circa 3-4 sekunden abstand würde ich mal tippen hier der sascha decker auf position 9 dahinter hier im bild der barney whoop position 10 elfter roh 2 orion zwölfter der mb racer uuuu der dreht sich nein schade hat sich geredet uuuu dadic dadic spielt auch fast unfreiwillig in die box ab hier schneedosenbier wieder auf platz 14 weil hier seht ihr orgel ist in der box und wir sind wieder bei falconer der sich in der 21. runde befindet hier pannenblinker auf position 2 gefolgt von victini auf position 3 da wird jetzt ein schneedosenbier wieder überrundet uuuu da dreht er sich fast wieder uuuu leichte berührung mit pannenblinker den victini uuuu will auch durchziehen aber da macht schneedosenbier die tür zu da wurde victini leicht behindert uuuu und da drehts den schneedosenbier wieder victini musste auf die bremse und hat dadurch ziemlich Zeit verloren das ist so eine kleine bitte die ich habe an euch leute wenn ihr da seht wenn autos von hinten kommen die vor euch liegen also sprich ihr überrundet werdet seid so fair und macht einfach platz sprich geht an die äussere linie und nicht innen in der kurve rum geht einfach weg von der ideallinie und lasst die leute vorbei weil da kann man doch schon dem ein oder anderen das rennen zur sau machen wenn man da einfach stur auf seiner linie bleibt und ihr werdet ja nicht überrundet weil ihr gleich schnell seid sondern ihr seid halt etwas langsamer oder hattet viele fehler drin also lasst doch den schnellen leuten einfach platz aber genug der worte hier sind wir wieder bei falcona der sich auf der letzten runde befindet ich habe es gesagt er wird das souverän nach hause fahren kam da nie wirklich in bedrängnis hier das letzte mal durch die galerie mit seiner nummer 23 und dem schwarzen vw käfer kommt jetzt dann schon zur ziel kurve dann sind es noch wenige meter und er hat den sieg in der tasche jawohl kommt da perfekt durch somit runde 2 rennen 2 sieg für falcona mit einem beträchtlichen abstand hier zweiter pannenblinker fängt jetzt durchs ziel wir schalten zu position 3 die viktini die kommt jetzt durch die ziellinie hatte da sascha decker noch im schlepptau vierter wird der hobli fünfter doch recht viel abstand wird dann wohl der astra werden der hier den orga noch vor sich hat da biegen sie ein in die letzten zwei links kurven ohne da hat es den astra noch gedreht ach schade und wbv vendetta kann da profitieren schnappt sich den fünften platz von astra noch weg der in der letzten in der vorletzten kurve einen fehler drin hatte ah was für ein pech für den astra hier aber somit position 5 wbv vendetta der jetzt über die ziellinie fährt hier der unglückliche astra der noch einen fehler drin hatte somit platz 6 für ihn siebter wird der maxer achter wird dann der stefan der jetzt über die ziellinie fährt in diesem moment neunter wird der sascha decker jetzt über der ziellinie zehnta wird der barniwub ihr seht es hier der hat doch schon einen rechten rückstand muss da jetzt auch sich durch die langsam fahrenden autos schlängeln die schon durchs ziel gefahren sind ja auf jeden fall elfter wird orion zwölfter wird dann der mb racer dreizehnter wird tadic vierzehnter wird schneedosenbier fünfzehnter orger wobei schneedosenbier wird noch überholt von orger nur sieht man das das hier noch nicht weil da die drei minuten laufzeit nach dem ziel ankunft nicht gereicht haben für alle ins ziel zu kommen gerade die die öfteren dreher oder so drin hatten für die reichte es leider nicht hier sind wir noch bei mb racer auf position 12 mit seinem gelben käfer mit den grünen felden da noch einen leichten drift drin gehabt ja liebe leute im grossen und ganzen war es das ihr seht hier noch die ergebnisse des zweiten rennens ich danke fürs zusehen hoffe wir sehen uns bei renn 3 wieder bis dann tschüss zusammen